Musik So, los geht es mit der zweiten Partie. SV Werder Bremen präsentiert von Marco Flüböcke gegen den DSC. Arminia Bielefeld, präsentiert von der BKK. Geleweißer Seidenstrecker, geführt für dieses Spiel als Schiedsrichter von Eike Schäfer von TUSKO. Viel Spaß! Geleweißer Seidenstrecker, geführt für dieses Spiel als Schiedsrichter von TUSKO. Geleweißer Seidenstrecker, geführt für dieses Spiel als Schiedsrichter von TUSKO. Geleweißer Seidenstrecker, geführt für dieses Spiel als Schiedsrichter von TUSKO. Geleweißer Seidenstrecker, Führer Seidenstrecker, geführt für diese Punkte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Das ist das 1 zu 0 für der DSC Aminia Bielefeld durch die Nummer 5. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.